Äh, wo kommen die Käfer her? Habe ich die übersehen? Ich bin doch da den ganzen Weg lang rumgelaufen. Naja. Au! Na komm. Äh. Weg. Das neue Schwert haut die Viecher erstmal mit zwei Schlägen in Stücken. Ich sage, das neue Schwert, das ist ja glaube ich schon ein Stück her. So. Na komm. Ja, los. Weg mit dir. Will noch einer? Du willst noch. Ja. Und hier ist nichts. Ähm. Ist hier irgendwo noch? Oh. Na wartet. Weg mit euch. Weg mit euch. So. Ähm, ich glaube ich habe es geschafft. Gut. Hm. Die Frage ist jetzt nur... Ne, das Ding habe ich aktiviert. Und wo geht es weiter? Hier? Ne. Oder komme ich hier hoch? Ich muss schon mal den Weg suchen, weil meines Wissens nach muss ich dann hoch. Und meines Wissens hat nicht so unbedingt viel zu bedeuten, da ich mir das sehr schlecht gemerkt habe. Wie die Sache mit den Geiern. Ne, Moment. Sieht ganz so aus, als würden wir die fette Festung hier verlassen. Offensichtlich. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob man die da wirklich verlässt. Na ja, ziehen wir mal an den Hebel hier. Äh. Ah. Gut. Okay. Ähm, okay. Wie komme ich wieder hier hoch? Ach, bestimmt die Leiter. Leiter, 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 Leiter. Nein, Leiter, 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 dann geht voll Dampf. Ähm, 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 Turbo Balancieren. Ja. Ah, rüber, 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 rüber. Na, schneller, komm, schneller, schneller. So, hopp. Aber kein Moly. Nein. So, zwei Sandwolken verbraucht. Mal gucken, ob wir noch eine schaffen. Hopp, hoch, hoch, hoch. So, an das Tor. Und hoch. Frag mich, zu was diese Tore dienten. Nee, für was. Für was diese Tore dienten. So, geschafft. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Äh, doch, haben wir es geschafft. Nee, wir haben es nicht geschafft. Äh, hallo? Rüber. Sandwolke. Und Sandbehälter voll. Juhu. Nein. Ach, immer springe ich drüber. So. Leiter. Okay. Okay. Nein. Nein. Nee. Ich weiß schon. So. Jung. Papp. So. Und Schalter. Yeah. Geschafft. Auf der anderen Seite vom Tor. Das ist ja mal schön. Und das Ding tickt noch fröhlich vor sich hin. Ich frage mich, wie lange das noch tickt. Was? Ey. Meine Fresse, bin ich wieder unkonstruiert. So. Hoch, hoch, hoch. Schalter. Hm. Schalter drücken. So. So, runter, 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 runter. Durchs Tor. Yeah. Geschafft. Und ab geht's in dieses... Äh, in diese Höhle. Die wie ein Rohr geformt ist. An dessen Ende eine Wand steht. Durch die Licht scheint. So. So viel zu. Oh. Habt ihr hier die ganze Zeit auf mich gewartet? Ich wusste nicht, dass ihr diese Bäder meint. Ich war bei den anderen Bädern am Ende der Stadt. Ich nahm ein heißes Dampfbad. Schade, dass ihr nicht dort wart. Hör auf, Selbstgespräche zu führen. Red ruhig weiter, du redest doch mit uns. Wir hören gerne, wie du sinnlos mit dir selber brabbelst. Ist zumindest besser als das Zeug, was ich von mir gebe. So. Verlassen. Jetzt sage ich plötzlich extrem oft so. Das ist auch nicht so. Wasser. Ja. Ja, komm. Kampf im Wasser. Yeah. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Wasser. Äh. Ja. Yeah. Na los. Nieder mit der Käferplage. Also dafür, dass das Spiel schon so ein bisschen auf dem Buckel hat, muss ich mal sagen, das Wasser gefällt mir eigentlich ganz gut. So schön klar, so schön wasserartig. Naja. Dann heißt es wohl entlang des Wasserfalls. Aber vermutlich nicht da runter. Geschafft. Und hopp. Ja. Und hopp. Gut. So. Jetzt heißt es wohl, auf die andere Seite. Und hier runter. Gut. Mann, ich mache mir gerade extrem Sorgen, dass ich die Aufnahme meiner Stimme gestartet habe. Aber wenn ihr das hört, wisst ihr, dass es funktioniert hat. Ja. Ja. Bis dahin weiß ich es dann auch. So. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Wegbröckelnde Steine. Ach, wie schön Glück, wie schön viel Glück wir doch immer haben. Wasser. Ne, ich bin satt. Ähm, nicht mehr durstig. Uh, 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 uh. So. Endlich mal den ganzen Ranz abwaschen. Den ganzen Sand. So. Ihr seht mich nicht. Ist hier eine Sandwölfe? Kann ja sein. Ne, ist nicht. Gut. Über den Balken. Ne. Weg. Weg. Na los, kommt, kommt, kommt. Weg. So. Wollt ihr nochmal was wissen? Jetzt. So. Lässt dich diese Fledermäuse. Aber wenn es nur noch drei sind, hauen sie ab. Gott sei Dank sterben die beim ersten Schlag. Okay. Alter, was sind das für Bäder? Meine Fresse, ey. War ganz schöner Lichteinfall hier. Wui. 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 Hm. Umf. So, weiter. Schön, dass hier auch noch Pflanzen wachsen. Also in der Höhle. Ohne Licht. Ja, doch mit Licht. Verreckt. Na komm. Komm. Hey. Aha. Schön, dass sie hier in der Ecke klemmen. Na, kommen sie nochmal. Jetzt. Ob das alle waren? Na ja. Pass mal rüber. Ja. 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 Ich mag mir das doch mal erinnern. Gut. Über den langen, 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 langen Balken. Oder dieses Holzstück hier oder diesen. Kann das eine Pflanze sein? Sieht mehr aus wie ein ungestürzter Baum. Das würde wahrscheinlich irgendeine Pflanze darstellen sollen. Oder so ähnlich. Die komischerweise hier rübergewachsen ist. So. Ach. Ein Speicherstand. Perfekt. Mehr Balken? Hm. Da habt ihr auch gerade gesehen, warum die Stelle so nervtötend ist. Und wieder. Und laufen. Und abbrechende Zacken. Und abbrechende Zacken. Und Pfarrer. Und der. Ah. Schmerz. Speicher. Natürlich. Neuer Spielstand. 55%. Wasserfall. Und ich hatte letztens noch gesagt. Wenn das so weiter geht, haben wir es in 8 Stunden durch. Wenn das so weiter geht, haben wir es in weniger als 8 Stunden durch. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Gut. So Spiele, wo einem direkt die Prozentzahl angezeigt wird. Das gibt es heutzutage nicht mehr so oft, oder? Also mir fällt aktuell gerade kein weiteres ein. Äh. Ach so. Ich war da oben, jetzt bin ich unten. Gut. Ach, ich dachte, wir müssen direkt durch den Wasserfall. Hier tröppelt es aber nur so ein bisschen. So ein paar Tröpfchen hier. Die alle gleich aussehen. So. Sprung und durch die Mauer. Oh, mit dem Kopfborste. So. Was ich nur immer auf die mittlere Maustaste drücke. Da habe ich zwischendurch mal herausgefunden, dass mittlere Maustaste deutsch ist. Und jetzt komme ich immer wieder drauf. Ich will da nicht. Und los geht's. Ach, das hält noch. Na, das ist ja mal schön. Rüber. Äh, was, wie jetzt, wie, wie, wo, wie, wo, wo? Komm, 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 schneller, 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 schneller. Ich meine, die Baumeister haben hier total gepfuscht. Fusch beim Bauer. So. Weg bitte. Na. Weg. Ich drücke immer mittlere Maustaste, um den Deutsch wegzustecken. Also allgemein die Bewaffnung. So. Erstmal ein bisschen die Füße waschen. Also samt Schuhe. Damit das schön so richtig... So richtig schön schwer ist, wie wenn man mit Schuhen... Oder mit schweren Stiefeln richtig tief in den Matsch getreten ist. Na bitte. Hm. Neuer Abschnitt. So. Ist auf einmal sehr still hier, ne? Dieses hier... Dieses Gesäusel da im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Das ist das Einzige, was ich hier höre. Was ihr vielleicht nicht hört. Kommt drauf an, wie ich das dann noch mache mit dem Ton. Gibt es hier nicht eine Stelle, die... Nein! Die hält. Ich habe das Gefühl, hier hat das immer wieder nicht geknappt. Rennen. Meine Güte, rennen. 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 Mmh. Vielen Dank.